Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen Rus' Replaycast wieder mal aus meiner Replaykiste ausgegraben mein Game gegen ja Speedfire und mit den Jiminy Semua spiel hier als Indiener oder Bretter, wie auch immer gegen den Italiener Speedfire also nur hier im Game als Italiener als Nation gewählt, beziehungsweise Rinden und zum Map gibt's viel zu sagen, was zum Teil eigentlich schon gesagt wurde ja, Bretter auf der Map, was kann er machen? viele gehen auf R, weil halt der Italiener gegen R nicht so viel machen kann Problem ist halt, wenn er vom Boden angreifbar ist weil die Italiener viele Harass-Möglichkeiten hat, ETC durch Kassan und Stelle Panzer und deswegen ist er immer so ein kleiner, ja was macht man nun gegen Italiener sowieso immer was schweres, weil auf der Map ist Italiener eigentlich oft ein Vorteil oder eine sehr starke Nation vor allem im Vergleich zu dem Briten, der halt Probleme hat mit der Recon mit den Recon auf der Map, dass es halt viele Wälder gibt, der alles abscouten muss oder sein Recon möglichst im Umfeld höchst mobil sein muss mit dem Einzelnen, das zwar gegeben ist immer das Problem des Micros, wenn halt ETC die Wälder steht, dass man irgendwie drüber fliegen lässt ähm, naja ich mach mal gleich das Game rein, gucken mal was abgeht ähm, mich starte ich, das mal gar nicht jetzt mit Blitz und ein paar Gebäude ähm, Depo was? der Sonne? der Fluff gebrochen, okay äh, 3 Depos und die Armour Base und die D&B ist nach so weit im Briten schön billig ist, setzt noch ein Tandens drauf ähm ja, vielleicht ob sich das lohnt da kann man sich darüber streiten das setzt die Basen relativ aggressiv also in Reichweite der Arti halt und äh, Mast Opener ist natürlich eigentlich gar keine so blöde Idee man kann halt gegen das, was die Täter standardmäßig bringt sind ja meistens die, äh, Panzer oder die Infanterie kann man das gut countern man hat auch Recon gleich, ähm, ja dabei man muss halt nur aufpassen, dass der Recon nicht in die Asche geht weil er halt 30 Dollar kostet ähm, ja ja Panser der Dritten sind natürlich allererste Sahne nicht und haben halt, als wir am Medium Tank hier sogar schon ist ja nur Panzer um 1 eigentlich ein leichter Panzer Damage ja ähm kostet halt oder? 20 ja kostet halt 20 Dollar das Stück ist zwar schön schnell, aber halt ja ähm im dritten fehlt halt ein schwerer Panzer Drumbelt füllt die Lücke nicht ganz ist halt so ein besserer Panzer 4 und der Churchill aus der Prototypen Basis ist halt zu teuer für seine Leistung ähm ja hat jetzt erstmal 4 4 Depots genommen und die Kasane relativ makro-lastiger Stadt ähm kann deswegen auch gerade nicht so viel machen gegen meine Cruiser Angriffe hier ähm ich lasse mal hier bald vor dem M11 bekomme ein ähm M11 rausgefokuss und hier nochmal die Infanterie äh zu distracten und zu vernichten ähm ich definiere von ihm die AT-Position zu bauen und damit kann er halt gegen meine leichten Panzer mit einem Hit ähm ja die Panzer zerstören beziehungsweise wenn ich auf R gehe was man gerade sieht ähm kann er auch ein Bomber abfangen oder 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 Inseln oder sowas muss er auch ähm ich habe hier versucht sich durchzumogeln, ein kleiner Restman-Move das ist vom Vorteil wenn man einzelne Krüppchen von einem dieser Clary schon schickt vor allem wenn man einen Makro-Vorteil hat für den Post gegen 3 hat der Gegner gezwungen mehr Geld auszugeben als er eigentlich will nur um den 1.5 Dollar dieser Clary abzufangen von daher schickt hier noch 2 in der Ecke rum das heißt 15 Dollar ich muss mindestens 30 oder mit einem Outpost auch 15 ausgeben kann da nur eine Flanke denken ja, ist halt egotisch für mich nicht so pralle kann dafür ein bisschen auch erressen habe halt meine Panzer hinter die feindlichen Linien gebracht der MK1, ja, muss vom Sterben her knapp am Limit ähm ich habe gesagt, Larry wäre dann doch nix allgeweil der ACM1 aufräumt welche habe ich auch eine Fußheide bringen können Probleme halt gewesenscht rückwürdig die Welt oder Außenruhe hätte gehen können und dann wäre es halt für mich eng geworden so, boah jetzt hier noch eine Kasanne der Schlinge ja genau eine Kasanne ähm, ja, schöner Flankenmove die Seite kann man gut in den Infantilisten AG genauso wie über die eigentlich auch über die Wasser, weil es halt diese Wälder gibt über diesen einen Wald hier oh, hat die Kodierung verwendet interessant äh, Cruz überlebt hier dank Fanatismus gegen die 2 Karo und Milf die ja als Fax da liegen ähm ähm der ACM1 grätscht hier rein auf das Depot noch bisschen abzufangen an Supply's muss halt aufpassen, dass er nicht, ähm, auf die AT-Position geht äh, von der abgeschossen wird ja, Cruz geht down blöd gelaufen hat trotzdem noch ordentlich Damage gemacht halt die Karos getötet, Supply & Trucks etc etc ähm, ja äh, eine Cruiser muss jetzt ja die Infantilisten aufhalten und Schafter auch, äh, sind schon Granatierry getaggt worden der Kasanne jetzt zerstört aber, kriegt auch den Hit hier ab von der, ähm, 90mm Position ist halt mal blöd, und zwar ist auch gut positioniert ähm, auf der Fläche hier ähm, ist halt blöd, wenn die Flugzeuge die hier angreifen, die hier genau über den Wald zurückfliegen müssen man kann jetzt zwar versuchen, irgendwie zu micro oder andersrum, aber die, genau, sind halt nur ungerorsam die Leute hier ähm, ja Infantilie Push hier aufgehalten hat halt grad, ähm, der Guder hat grad nix an AT-DAR von dem Infantilie was an AT-DAR ist, ist halt diese, diese Position, die aber halt ein Problem für ihn ähm, ja nur die Mitte kamert von der Map wup 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 das könnte eklisch werden oder auch nicht oder auch doch ja, rüber her sagt man ja eigentlich, micro dich ja hinten draus und was macht er, fliegt er aus dem hier rum oh, in welche Richtung, fliegt man nochmal kreise und dann wieder raus spaß die 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 eine Bombe heute durchrücken können und bau es noch die E-Basis gegen Mama einer Diary kriegt den ACM K1 hier weg nicht kommt der Zweck weil er einmal kurz gezögert hat und befehl geändert hat aaaahhhhhh ACM K1 ist immer noch am Ragen war Trucks hier noch zerstört, wie schießt sich jetzt in den Wald und dann ist er noch ein bisschen geändert wenn ich jetzt FNA kriegen würde, willst du das Depot natürlich ach, kann auch noch gekänzelt kann aber schwein von der komposition her, oder von der benötigen Anzahl ist Speedfire klar vorne liegt auch daran, dass ich gerade in Tech investiert habe wie gesagt, habe halt die Materiebasis geändert und teure Einheiten halt wie die Schüsse und der ACM K1 kann ja noch ein paar Trucks wechseln Speedfire freut sich, dass man ACM K1 immer noch hinten ist und ja die beschäftigt sich erstmal mit den Infantelisten hier sollte wenigstens den einen noch fokussen da würde ich mich schon freuen oder dann halt auf die E-Position gehen so, jetzt geht dem Imker ein Zoranikraken weil der Sarri auch da ist ähm Dreck auch um elf ist dann Schicht im Schacht schade, 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 schade schade, 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 schade ah ja die jetzt da und vor noch mehr Schaden in den anderen nicht können als die noch durchfahren können und in den Tinten noch die Flak angehen können, wie auch immer aber ging halt da um Sprezzier um den Tick für den Churchill Club hochzuziehen äh um die letzten ET-Restor der einzige ET die er hat hier zu beseitigen um dann durchzurücken und bin halt zu dem Zeitpunkt eigentlich ähm von dem Tick schon auf jeden Fall voraus hab ihn auch ein Depot abgeluchst diverse Trucks zu stören also von ihm kam er haben sich seine Fede-Bus-Klaube gleich zum einen noch nicht gerechnet ähm wir beginnen jetzt den Artillerie-Counter-Tack hier quasi mit den ähm 75 was man hier natürlich auch machen können oder was ähm viele sagen Artillerie gut, ich bin ja Panzer dagegen hat Artillerie keine Chance aber ist ja richtig ist auch ein Sturmgeschütz gepanzerte Artillerie quasi nur halt wäre es an der Stelle ähm ein bisschen eine Fehlinvestition gewesen da halt die ET da war nicht sofort hätte ähm ja die Kessel hier äh ich hasse äh was gleich passiert Leute wie ich es hassen werde ich Spoilermann an ähm ja die Position aber nicht auch mal gleich dann als ich glaube drauf gehört wird ja was passiert erst mal hat der Schlingel meine A-Base erobert Problem für mich ähm oh Kuhnbild da hab ich gewastet wie es aussieht dann ist wirklich die sind glaub ich nix wenn die Fb70 kommen und zurückziehen aber war grad nicht ne Rage weil bläuer Bomber bouuuh da ist n tool nicht unsere Base gleich mal Bomben so ein scheiß wind das flutfeld mit drauf geht ja spielt wie ich es liebe die bombe sind natürlich die hellsten piloten die es gibt der schlaumeier umdenken sich ja leer geschossen das depot gehen ich habe halt schön punkte für kein aber praktisch eigentlich punkte für das bietfeuer erhalten ein bombe leer geschossen ist kann nichts machen muss abdrehen muss sogar noch von der flak belästigt wenn einzelne geht auch dauernd auf jeden fall von seite weil ein schland kann ja meiner truck glaube auch noch ausgefokust runde dafür die m5 70 alle zerstören dann jetzt drauf so truck zerstört weiß ich nicht was es war das so gelohnt hat ein problem war halt weil die kack kack bombe herr so was ich nicht oft das micro von der luftwaffe in bus ist ja richtig netzend weil hier mal ihren eigenen kopf haben was die fehler befolgen oder mal logisch denken können kategisch denken hier auch immer ja mittlerweile noch als gefällt von speedfire auf den weg dagegen halt nix machen weil meine ehelüftabfahrbasis zerstört wurde wissungsweise das flugfeld ja auch ne spitze das flugfeld oder wenn es sich jetzt für ihn zum guten keine Ahnung warum es alles vorschickt ähm denke mal dass er jetzt auch ähm fikt ja alles vor keine ahnung oh ja noch das zweite flugfeld scheint schon Bombe zu attacken hat schon den Falco gebaut egal wenn die Bombe jetzt kommen wird das geben hier vorbei sein weil ich hab halt nix dagegen ähm hat ja noch das Depot erobert schön wieder kein inkampf für mich für meine scheiß Bombe habe ich gerade irgendwie das Game verloren ähm das hätte natürlich vielleicht etwas anders ausgehen können Falco setzt sich jetzt über meine Base hier und ja was soll ich machen hab drei Crumble aber Punkt glaube ich nix nix mehr ja wenn ich ein bisschen reingrätschen könnte ähm wir hinten rumfahren die AA-Position angreifen aber ich will noch schnell ne neue Luftabfahrtbasis auf ähm was ist ja die Artillerie da müssen wir überlegen was kann man jetzt überhaupt noch machen in der Situation schnell Flak bauen und könnte auch gefokust werden wieder von den Saiters und dann bin ich noch glücklicherweise noch auf die äh auf die Artillerie wo das hier noch nix mehr so hundest äh noch nix mehr mit dem Meter Position um mich noch weiter raus zu treiben aus der Mitte ja deswegen auch hier mein ACMK1 bisschen weglotsen würde eigentlich die Flanke laufen Flugfelder oder Einheiten am Boden erwischen Lucky Shot Pumpenland zwar auch weit weg von der Base aber zerstört trotzdem noch alles ja war ja nicht so gegen äh nicht so für mich das Spiel ähm war trotzdem geil bis zu dem Punkt wo der Bomber ja 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 man sieht dass die Bomber dann irgendwie alles gegeben haben ähm ich hab mir selber viel zerstört meine Panzer haben sich doch gelohnt am Anfang weil man viel Nachschub denied äh Nachschub denied Karos verdichtet und distracted ähm ging halt gut auf weil er halt ähm mit 4 Depots nur noch eine Kassane gestrottet ist und ja und um ihn kam her na gut hat er auch knapp 200 oder so ähm 135 Dollar mehr äh ja ich hoffe es hat euch gefallen und wenn ihr Replays habt ist natürlich immer die Option da mir die zu schicken dann bin ich die für euch kaste und ja ich hoffe es hat euch gefallen lasst ein Abo da Like, Kommentar etc und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sag dann mal tschüss und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal